Ja gut, einer könnte ja, während jetzt einer rumläuft und mal guckt, ob er Kür findet, könnte ja der andere mal gucken, ob er das Haus weiter kreieren könnte. Ich rat's mal, was bei mir wieder passiert, seitdem ich meinen Handy-Timer wieder am Laufen habe. Äh, dein Handy schürzt ab. Mein Handy-Ekku ist fast leer, mal wieder, ja. Ey, ich hab Kür gefunden. Dann nimm sie, dann bringen sie mit. Ich hab keinen Weizen. Dann merkst du halt, wo du sie gefunden hast. Ja, einfach. Ja, Problem ist nur das Zurückbringen, ne, weil, mitten im Sumpf. Hab ich eigentlich meinen Ray-Porn von der anderen Map noch hier? Das, ähm, den kannst du ausblenden. Das hab ich zum Beispiel gemacht. Ich hab jetzt nur den von, von hier im Blick. Ne, hab ich jetzt auch gemacht, weil irgendwie... Genial. Das, weißt du, woran das liegt? Weil das, äh, ein und derselbe Server ist. Server-IP ist mit Ports. Deswegen. Ja gut, ich könnte ja rein theoretisch die Maps, äh, spalten. Ich könnte ja rein theoretisch Maps auf zwei Server legen. Hätte wäre, könnte Totenton löschen. So, mal eben den Dev... Mal den Last-Death-Point entfernt. Na, du Creep-Balle, willst du mir wieder wehtun? Natürlich. Warst du dann wenigstens im Wasser? Ja, warst du. Ja, Steel, das ist so schlau, wie du hier laufen willst, in der Nähe der Lava. Öl, Öl, Öl. Öl da rein, oder? Ich? Nein. Ich hab grad mal eben kurz Sand gefarmt. Oh, okay. Für Glas und so. Ich, ich... Ich... Ich geb übrigens mal grad ne Runde... ...bar Stu aus. Schwimmst du. Ähm. Wo bist du? Draußen, oder was? Nö, ich bin grad da die Treppe runtergerannt, um grad... ...was zu basteln. Schön, und ich, äh... ...verhunger hier. Ja, hier haben wir noch roten Flash, dann geht das, ja. Äh, wie gesagt, wir haben Pilz, du. Jetzt, Schirk. Gucken wir mal, was du hier machst. Jetzt grad eigentlich ne Pilzfarm ansetzen, aber... ...so, wie plizieren wir das, äh... ...1, äh... Ich mein, wenn wir schon mal die Möglichkeit haben, dann... ...nutzen wir's, wie auch. Ja, dann haben wir aber wenigstens Essen. Natürlich. 3, 2, okay. Komm schon, gib mir das letzte Glas, damit ich quadrikern kann, danke. Hier ist ja jetzt oben schon mit der Verschönung unserer Hütte anfangen. Ja, so langsam... ...sollten wir damit mal anfangen. Ja, genau dahin wollte ich das Glas auch platzieren. Guck mal hier raus, guck mal, wo ich das Glas denn platziert hab. Ja, das ist richtig effektiv, Mann, das ist doch richtig effektiv, ne? Ja. Also, können wir mal, ähm, wir platzieren die Gläser vielleicht, äh, noch ein bisschen anders. Aber mir ist grad sicher, wenn wir fast in jeder Richtung mal kurz nen Ausblick haben, weißt du? Du bist doch vollkommen... Ok, ok, ok. Ok, ok. Was haben wir eigentlich hier drin? Achso, okay. Okay, cool. Ich krafte mal... Äh, wir haben keinen Loch haben wir noch. So. Wie gesagt, Pilzfarm ist jetzt auch da. Ich meine, wir könnten auch die Füße von irgendwie ihm nehmen, das ist auch garantiert Pilzfarm. Waaaaah! Ernsthaft! Waaaaah! Ich war mal so fleißig, jetzt haben wir noch ne zweite Truhe erst mal. Stopp! Heute ist übrigens nix, äh, kurz an den Leute, heute ist es ne kleine, kürzere Aufnahme... ...Sinn! Minimal... Wie so zwei... Äh, ja, passt schon. Ich hab Hunger, ich muss was essen. Haben ja Pilze. Ich hab immer noch Hunger, ich muss immer noch was essen. Ähm. Jetzt hab ich keinen Hunger mehr, jetzt ist nur noch eine Suppe da. Ja, ist halt leider so, dass es heute eine kürzere Aufnahme gibt, weil du ja noch was vorhast, aber, äh, abgesehen, abgesehen davon haben wir ja eh noch genug Material. Eeeben! Ist ja nicht so, als hätten... Also, und außerdem fällt den Zuschauern das so groß nicht auf. Ey! Wo bist du? Hä? Hier oben. Ey, meinst du, das würde schmecken? Äh, warte, war da nicht irgendwas, wenn du fermentiertes Spinnenauge isst? Normales Spinnenauge, dann, dann vergiftest du jetzt. Hier ist so. Ah, okay. Gut zu wissen. Wir haben 13 Eisen. Mann, sind wir reich. Äh, ja. Wie geht die Pilze von da unten denn jetzt? Weißt du was? Ich angel mal. Nehmen wir mal die Angel. Ich geh mal ein bisschen angeln. Äh, es wird gleich dunkel, wenn ich das richtig sehe. Dann gehen wir halt erst pennen. Du kannst ne Nacht schlafen, du kannst ne Nacht schlafen, du kannst ne... Du kannst ne Nacht schlafen, du kannst ne Nacht schlafen, ne? Spam, 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 Spam. Warte mal, ich mach mal aus Jux, äh, ne andere Sprache mal rein. Entschuldigt bitte seine Durchgeknalltheit, aber er hat heute Nacht nicht gut geschlafen. So. So. Denk ich mal. Weißt du, ich hoffe ich. Oh, wie schade. Ich dachte, man könne, äh, man, ich, ich wird jetzt zugespampt mit dem Satz, dass ich nur noch schlafen kann in der, in der, in der anderen Sprachdatei. Er geht auch pennen. Mann. Weißt du, welche Sprachdatei ich installiert hab? Nein. Nein, ich hab nen Cutlass Auroc. Das ist mein Schwert. Pick, äh, Pickaxe Stone. What a Fission. Okay. Genau, heute mal aus Jux, äh, ab diesen Parts, äh, jetzt mal ne andere Sprachdatei aus Jux und Ballerei. Äh, ja. Du weißt, wieso ich das da draussen mit den Treppenschufen mache? Nee, wo kann ich denn am besten angeln? Äh, ja, Hatschi. Entschuldige, Leute, wie gesagt, das ist ein Huste. Das, was du von ihr gibst. Solange wir weniger Futter haben, werde ich wohl länger erstmal angeln müssen, bis wir dann mal genug Futter da haben. Aber das ist jetzt ja wohl das kleinere Problem. Auch wenn die Parts dadurch nicht interessant werden, vielleicht. Ja gut, du könntest ja rein theoretisch jetzt grad mal in den Sumpf reinrennen und könntest da die zwei Kühe holen. Warte, ich warte jetzt eben kurz einen Fisch ab. Jetzt kommen wir endlich da und zack. Was habe ich gekriegt? A Magic Book! Ähm, okay, ich mach mal wieder auf Deutsch, weil ich checke gerade gar nichts, was da steht. Das passt dir nix. Tolle. Für Kinder, das passiert, wenn ihr die Sprache umändert, die ihr nicht könnt. Auf Pirate Speak, weißt du? Oh, ich habe ein verzaubertes Buch mit Effizienz, 4, Schärfe, 4, Stärke, 4 und Schutz, 4. Was dir auf einem Werkzeug auch richtig viel bringt. Ja, es riecht Schutz und Stärke, weißt du? Ja, da war es ja auch drauf angesiedelt. Haben wir denn irgendwie Weizen? Hier einen. Äh, Weizen liegt doch hier in der Truhe dran. Da liegen doch 5 Weizen. Ja gut, ich habe aber jetzt 1 und 1 reicht. In welche Richtung war der Sumpf? Äh, nach Norden. Also am Haus vorbei, Richtung da. Ich laufe jetzt Richtung da. Am Haus vorbei, Richtung da. Ja. Jikes. Ist genauso ein Brainfarkt wie, erkläre mal jemanden, der ganz neu in einer Stadt ist, wo was liegt. Ja, da gehst du rechts, dann wieder links, dann zweimal überkreuz links. Weißt, das klingt so logisch wie, ey, sag mal, wo bist du eigentlich? Ja, hier. Ja, sag mal, wo bist du eigentlich hier? So, ich sehe auf der Grate jetzt gerade nur Schweine und Hühner. Ah, warte mal gerade ganz kurz. Oh, das ist jetzt nicht dein Ernst. Ach, Leute. Dann muss ich euch jetzt wohl unterhalten. Aber das ist ja normal. Trotzdem, wo hat er denn die Kühe ges... Oh, hier ist noch ein bisschen Clay. So hatte ich mich später mal farben. Äh, wo hat... Gut, ähm... Ich bin übrigens wieder da. Das hab ich irgendwie gehört. Das ist bei deinem Headset ja normal. Headset macht... Mein Headset macht keine komischen Geräusche. Das Problem ist, ich hänge das immer so über die, äh... Schreibtisch-Tür und dadurch... Schreibtisch-Tür. Achso, ah, ja, 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 ja. Ja, und dadurch ist das halt so, dass dann... Ich bin gerade mal... Mal das Ganze. Die Schweine, die ich hier im Sumpf finde, mal um, weil wir haben ja hinten unsere Schweine. Ich bin immer noch... Ich hab doch gerade irgendwo eine Kuh gesehen. Also, die Kuh, die ich gesehen hab, die, äh, liegt... Die war, wenn du gleich in den Sumpf reinkommst, ähm... Gleich in den Sumpf rein... Oh, ich sehe drei... Ich sehe drei, vier, fünf Kühe auf der Minimap. Ja. Übrigens, nach der Aufnahme hab ich die glorreiche Aufgabe... ...Map zu sagen. Ich frag dich nach der Aufnahme was. So, Kuh. Komm her. Wo ist die zwei... Äh, wir brauchen zwei Stück. Eine hab ich jetzt am Schlawittchen dran. Sag, da müsste eigentlich noch eine zweite rumfliegen. Äh, fliegen. Da. Hier kommt jetzt. Also, da müssen... Das ist gut. Eigentlich zwei sein. Das Problem an der Sache ist halt einfach nur, du hast das Wasser. Das heißt, du musst dich da rund ums Wasser führen. Wo ist die zweite Kuh? Ey. Hallo. Ey. Ey. Ja, genau. Beide Kühe verlieren das Interesse auf einmal, oder was? Ah, jetzt hab ich beide Kühe wieder. Das hier ist irgendwie doof. Ich darf jetzt natürlich nicht sprinten. Hast du schon, machst du schon mal einen Gatter fertig? Ist doch fertig, das steht doch gleich links neben Haus Und jetzt ploppt die Schwierigkeit, hoffentlich behalten sie das Interesse Ich hab hier grad ein kleines anderes Problem, und zwar eine Wow, dieses Texturnpack scheint verbuggt zu sein Weil dieses Texturnpack hat auch noch keine keine Farbe für die Seerosenblätter, die sind bei mir grau Ah, ich bin am Land Ah, okay Q1 und Q2 am Land Wolltest du mich eigentlich jetzt nach der Aufnahme fragen? Gleich, wie gesagt nach der Aufnahme, das ist noch nicht nach der Aufnahme hier Mit einer einzigen Wo ist die andere Kuh? Mann Wir haben jetzt keine Reinen in Zufall gecraftet Nein, weil so rum haben wir wenigstens schon mal den Spinn Spinnensicherheit Dass hier keine Spinnen reinkommen Hier hoch lang Alter, du blöde Kuh da hinten Wir sind so nah am Ziel Komm her Ich bin knappe 45 Meter vom Ziel entfernt Wie hast du das eigentlich eingestellt, dass du die Metaanzahl siehst? Mann Kühe, warte, warte, ich mach euch ein bisschen mehr Platz, dann schafft er das auch Nochmal, wie hast du es geschafft, dass du die Metaanzahl siehst? Über die Minim, äh, äh, das ist der Wegpunkt, äh, Metaanzeige So, äh, äh, guck mal mit was ich ankomme Uell Der ist gerade Wo ist das Regatta? Hinten So Da ist das Regatta Nein, das ist doch jetzt nicht dein Ernst Beide Kuh haben genau jetzt Plötzlich das Interesse verloren Na komm, du blöde Kuh Hallo Hey Boah, ey Ich such gerade Ach, da ist das Deswegen macht's Setzt jetzt mal den Waypoint Ja So Wir haben Kühe Freu dich, wir haben Kühe Oh, hier ist jetzt mein Waypoint Mein Waypoint ist genau, warte Hier So, ähm Wir haben Kühe Wusstest du das schon Jetzt, nachdem du es mir ungefähr dreimal schon erzählt hast, äh, ja Warte, ich kann dir nochmal sagen, ey, wir haben Kühe Ach, und du, wir sollten vielleicht mal in Bett Bei Deutsch wird, glaube ich, über die Aufnahmen und über die Seasons auch nicht besser Nö, niemals Wow, äh, die Instagram App sagt mir, ich soll andere Nutzer abonnieren Ich hab Instagram übrigens, Leute Äh, ich hab auch Instagram, aber da kaum noch was gepostet Ich bin mir auf Twitter unterwegs Ich hab Twitter, Facebook, Instagram Hitbox Google+, aber das hat ja jeder Äh, 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 Steam Origin Youplay Skype Minecraft Minecraft So Ja gut, Minecraft hat ja auch jeder So, ich würde mal behaupten, wir haben jetzt wirklich nur Rundum-Richt Schade, dass dieses Text-Tone-Pack kein Connecting-Textures besitzt, irgendwie Wär so einfach geil So, ähm Brach nicht Gucken, wie es mit Gucken, wie es mit den Pilzen aussieht Irgendwie immer noch das Gefühl, rote Pilze wachsen schneller als braune Pilze Hast du das nicht mal andersrum gesagt? Äh, keine Ahnung Kann sein Ich weiß es nicht Vielleicht Lage mich nicht drauf fest Alles, was ich mal mache Wir hatten doch Hatten wir nicht hier drin? Hattest du nicht gesagt? Wir hätten Boah, hast du schon verkraftet, ne? Ja, hast du schon Nein, hast du nicht Weil ich vermehre gleich mal die Tür da draußen Und mein Timer geht mir gleich flöten Yeah Mach das Kannst du mir bitte mal einen Stack Kobbel irgendwie in den Ofen reinballern? Moment Haben wir denn noch genug? Ja, haben wir Weißt du, dann Brenne ich jetzt Brenne ich das gleich mit dem ganzen Kohleblock Äh, ne, das ist eigentlich Verschwendung So, dann kommt mal her ihr zwei Habt und habt euch mal gern Eigentlich wäre es das Das effizienteste, was wir machen könnten wäre, wenn wir Lava finden würden Und damit Lava brennen würden Das macht, glaube ich, 100 Blöcke oder war das? Was war das? Genau, 100 100 Block Ich habe übrigens mal den Stone aus den unseren Ofen genommen Und das hat Stil, diese Art von Decken Du bist so ein Half-Step-Step Wenn wir eine Mod hätten, würdest du sogar die Wände zerschneiden Dass die auch nur so Halbblöcke sind, ne? Nein, das sehen nicht aus Aber, äh Warum nicht? Ich meine, da hat mich Kevin mal drauf gebracht Worauf dich Kevin immer so bringt So, ich würde sagen, hier hinten bauen wir eine Treppe ins zweite OG Oder so eine Wendetreppe hier genau in die Mitte So Jetzt kann, wenn will, mein Handy-Timer gleich leer werden Ich habe meine Armbanduhr jetzt angeschaltet Was sagst du dazu? Was? Lass uns doch hier in der Mitte so eine Wendetreppe nach oben bauen So hier auf dem Block Was willst du denn noch Was willst du noch Was willst denn du nach oben hin packen? Äh, Haus? Küche? Nein, also oben hin Oben könnte man ja rein in der Theorie Theorie Ähm Könnte man da ja die Schlafzimmer hinbasteln Ja, ne Idee Wie hoch ist das Ja, oder? Yay, das ist jetzt ein bisschen scheiße hier gerade Ich muss mal was eben bei dir, äh, äh, eben was ändern Ja Meinst du? Bezüglich der Pilzfarben So Kannst ja gucken Ich habe jetzt nur was geändert Bic beat beat beat